Es wird aufgenommen. So. Herzlich Willkommen zu unserem World of Tanks. Willkommen zum World of Tanks. Let's play. World of Tanks Overwatch Edition. Bitch. Oh fuck. Ich hab dich gehört. Wo bist du? An der Hände. Ah nein. Wo bist du? Wo bist du? Nein. 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 Wo bist du? Ich seh dich. Wo bist du? Ich seh dich halt nicht. Ich mach den coolen Bastion. Warte. Mach den hier so. Oh mein. Ich seh dich halt nicht. Dein Skin der tanzt sich zu gut. Nein. Mann. Ich lass dich nicht. Du bist einfach fliegender Panzer. Wow. 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 Ich mach den coolen Bastion. Warte. Mach den hier so. Du. Das brauch ich eigentlich gar nicht machen. Weil wir haben eh keine Schilderkraft dran. Oh. Oh mein. Oh mein. Aha Spiel. That's a fucking lie. I love it. Das geht nicht. Das sind nicht mehr oder was. Spawned in meiner Welt. Was glaubst du denn wo ich bin? Das ist kein World of Tanks. Das ist ein World of Zeppelin, Alter. Nein. Ich find's halt schön wie meine Maschinen immer noch da rumfliegen. Ja. Das ist GTA. Fuck. Fuck. Mann. Ich hab nie den Brunnen im Überblick. Das ist GTA San Andreas. Das ist ein fliegender Panzer einfach. Fuck. Scheiße. Mach viel mehr Spaß als es sollte. Omae wa. Mou shindeiru. Nein. Das ist schade. Ich dachte du machst jetzt eh Suizid mit deinem Schuss noch. Aber Alter wie das da mal gepasst hat. So. Omae wa. Mou shindeiru. Du hast dich auch ein bisschen selbst geschadet aber nicht genug. Ja ja. Nicht genug genau. Ja. Hellpacks darf man ja nicht nehmen. Schade. Okay. I've got you in my sights. Und tschüss. Oh. I love fuck. Also ich weiß nicht was du machst aber ich hab jetzt ein bisschen Tee. Ich bring jetzt erstmal ein bisschen Tee und entspann mich. Als Panzer. Was kein Sinn macht. Ich lade dich grad zum Tee ein. Kommst du wohl bitte mal. Wo bist du? Geh mal weg. Mein Tee servis. Das hat mir meine Oma und meine... Das haben mir die Freunde meiner Oma und meiner Mutter geschenkt. Wie kannst du nur? Nein. Nicht dein guter Tee. Positionier dich richtig. Okay. Es hat funktioniert. Wir schießen auf drei. Okay. Wir schießen auf drei. Drei. Nein. Okay. Ich werde dich jetzt so besiegen. Glaubst du mir nicht? Ha. Scheiße. Ich weiß noch was mich das grad hier erinnert. An den Final Snatch von Falco mit diesem Panzer. Ha ha ha. Aus, aus, aus. Aus. Boah. Damit immer rum geflogen ist. Das Laserstreich zu diesen Gonte. Oh. Wo bist du? Ah. Komm rein. Ah. Du bist in das Verstecken reingegangen. Ich wollte da auch grad rein. I can smell you. Ha. Dein Frontenversteck war zu offensichten. Huah. Vagina. Hängst du mit... Hängst du mit... mit kleinen Jungs in Schwulkampenverzügen herum? Ja. Ich würde gerne die Rad zuwängen, aber ich kann die. Ich glaube das reicht erstmal mit ähm... The World of Tanks. Okay. Für Feier des Abends möchte ich einfach nochmal das mal aufeinander und decken. 9 AP. Wie bist du gestorben? Ich hab mich noch mal selber umgebracht. Das war der Part. Ich hoffe ihr hattet sehr viel Spaß. Es hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. EuerUD... Bis zum nächsten Mal.